Musik Mit freundlicher Unterstützung der Firma Yonex haben wir ein Meet & Greet verlost, und zwar mit der letzten deutschen Grand-Slam-Finalistin Sabine Lisicki. Die glückliche Gewinnerin war Caro aus Bonn. Und los ging es dann im Tennis-Point-Store Köln, wo Sabine Lisicki und Caro sich zum ersten Mal begegnen. Die Stimmung war von Anfang an locker und freundlich, die beiden fingen sofort an zu fachsimpeln und am Ende bekam Caro natürlich auch noch ein handsegnetes Racket geschenkt. Nach einigen Fotos ging die Reise natürlich weiter, draußen wartete schon eine S-Klasse und darin wurden Sabine und Caro von Christopher Kahrs, Lisickis Trainer, zur Tennishalle des TC Weiden gefahren. Während Kahrs Spaß am Auto hatte, stellte Caro viele Fragen rund um das Leben als Profi und Sabine Lisicki plauderte ganz offen aus ihrem Nähkästchen. Dann kam aber endlich das, worauf Caro schon den ganzen Tag gewartet hatte. Sie konnte ein paar Bälle mit Sabine spielen. Die obligatorischen Sprüche wie, Sabine soll es schon alles geben oder, okay, ich spiele nur 50%, durfte natürlich vorab nicht fehlen, klare Sache. Und eine kleine Anmerkung sei erlaubt, wenn Sabine dann glatt durchgezogen hat, dann war es nicht nur verdammt schnell, sondern auch der Absprung extrem flach. Caro kam also ganz gut ins Schwitzen. Aber auch Kasi durfte Caro noch ein wenig über den Platz scheuchen und zeigen, was es heißt, wie ein Profi zu treten. Und da gibst du Gas. Volle Kanne durch. Bravo. In der Halle hatte sich mittlerweile auch rumgesprochen, wer da vorne auf Court 1 trainiert und so wurden noch Orthogramme gegeben und Fotos gemacht. Das Siegersselfie für Caro durfte aber auch nicht fehlen. Am Ende war Gewinnerin Caro nicht nur um ein neues Racket und neue Bälle reicher, sondern auch um eine tolle Erfahrung. Ihr seht, bei unseren Gewinnspielen mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020